Frage 2 von 25. Soll Verhütung für alle unter 25-Jährigen kostenlos werden? Selbes Thema wie bei der HPV-Impfung. Ich glaube, das haben einige Leute in Österreich schon mitbekommen. Hey du, ja genau du, du das Video scherst gerade. Du interessierst dich scheinbar für Politik, für ein paar Fragen? Dann gib bitte wählen. Am 29. September sind nämlich die Nationalratswahlen in Österreich und deine Stimme zählt. Denn wir wollen keine rassistischen und ausgrenzenden Parteien hier an der Regierung haben, sondern wir wollen ein sozial gerechtes Österreich für alle Menschen haben. Und dementsprechend bitte gewählen, gib deine Stimme ab und wähle nicht diese menschenfeindlichen Parteien. Das kannst du machen, indem du einfach in dein Wahllokal gehst oder bis zum 25. September, je nachdem wann du das Video siehst, noch eine Wahlkarte beantragst. Das geht ganz einfach online mit der digitalen Amt-App oder auch per Postweg. Und dann kannst du diese Wahlkarte einfach in den Postkasten einwerfen und du hast gewählt, deine Stimme zählt. Und genau das gleiche solltest du auch Leuten in deinem Umfeld erzählen. Freunden, Familien, klär die auf, schick denen vielleicht das Video, wenn es ein Thema ist, was heiß diskutiert wird. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Beantwortung dieser Frage. HPV-Impfung ist eine Impfung gegen eine Virusinfektion, die bei Geschlechtsverkehr übertragen werden kann. Und die viele Leute haben, wo ein Erreger drinnen ist. Dadurch kann man Krebs bekommen, vor allem für Frauen ist das gefährlich, aber auch für Männer nicht ungefährlich. Diese Impfung war lange kostenpflichtig, kostet 600, 700 Euro. Man braucht drei Teilimpfungen, extrem nervig. Und vor ein paar Jahren wurde das dann endlich gratis gemacht für unter 18-Jährige. Dann wurde es ein bisschen angehoben für bis unter 21-Jährige. Jetzt sind wir bei unter 30-Jährigen. Also jeder, der unter 30 ist, und das gilt für alle Leute, die hier gerade zuschauen, die aus Österreich sind, egal ob Frau, Mann, egal ob ihr in einer Beziehung seid, egal ob ihr gerade Single seid, ihr könnt gratis eine HPV-Impfung machen. Das senkt das Risiko für verschiedene Krebskrankheiten, vor allem bei Frauen, aber auch bei Männern, immens. Und es kostet euch kein Geld. Nehmt diese Gelegenheit bitte wahr, dafür, dass es kostenlos ist. Und jetzt reden wir hier drüber, ob Verhütung für alle unter 25-Jährigen kostenlos werden soll. Und das ist der Punkt, wo manche Leute sich jetzt hinstellen würden und sagen, die scheiß Linken, die wollen das kostenlos machen, Verhütung, dann sollen meine Zigaretten ja auch kostenlos sein und meine Rasierer und alles mögliche. Bro, das ist nicht links. Und es ist auf jeden Fall nicht links genug. Warum setzt man eine Grenze bei unter 25-Jährigen? Warum setzt man bei HPV eine Grenze bei unter 18-Jährigen, bei unter 21-Jährigen, bei unter 30-Jährigen? Warum redet man von Verhütung und nicht von jeglichen relevanten Produkten, die Intimhygiene betiteln? Warum geht es nicht, da geht es um Kondome, um die Pille, und wahrscheinlich nicht um andere Sachen wie zum Beispiel Spirale, wie zum Beispiel Ring, Hormonpräparat oder sowas in die Richtung. Und da geht es auch nicht um Sachen wie Menstruationsartikel, Binden, Tampons oder Sonstiges. Warum reden wir nur über Verhütung? Warum reden wir nur für unter 25-Jährige? Es gibt Länder auf der Welt, ich glaube Spanien ist eins davon, die das ohne Probleme einfach so umgesetzt haben, dass einfach Verhütung kostenlos ist für alle. Warum können wir das nicht? Natürlich würde ich hier mit Ja antworten, aber ich bin nicht der Meinung, dass wir um Verhütung reden sollten, und ich bin auch nicht der Meinung, dass wir für unter 25-Jährige reden sollten. Es geht hier nicht um hunderte Millionen Euro, es geht um definitiv was Leistbares, wenn wir gleichzeitig darüber sprechen, dass das österreichische Bundesheer eine Budgeterhöhung von 3,2 Milliarden auf 17,8 Milliarden macht. Das ist noch 23,24, da, wollt, zack. Mehr Budget fürs Bundesheer, das Bundesheer hat einen Aufbauplan, 2022 beträgt das Budget fürs Bundesheer 2,7 Milliarden Euro, 2023 wird es auf 3,38 Milliarden Euro erhöht, bis 2027 auf 5,25 Milliarden, und wir haben hier unten dann irgendwo 16 Milliarden Euro Verteidigungsbudget, genau das ist es. Warum steht das hier nicht? Da, 16 Milliarden Euro Verteidigungsbudget, in den kommenden vier Jahren, genau das ist es, sorry, sorry, nicht für das eine Jahr, sondern generell, okay. Wir reden hier von 16 Milliarden Euro Verteidigungsbudget, ich weiß auch nicht, von was wir uns verteidigen sollen, also, keine Ahnung. Mich soll der Blitz beim Scheißen treffen, wenn Putin bei uns einmarschiert in unserer Lebzeit. Wir sind ein neutrales Land mitten in Europa, grenzen nicht an irgendein Land an, was, ja okay, Ungarn ist vielleicht problematisch. Ich weiß nicht, vor was wir uns da jetzt dahingehend schützen, müssen, ja. Also, wenn irgendwie Russland, China oder USA auf die Idee kommt, wir feuern jetzt eine Rakete auf Österreich ab, dann greifen die ja die komplette EU an, und dann ist das geringste Problem, was wir haben, ob unser Bundesheer was dagegen machen kann, dann haben wir nämlich einen fakten Weltkrieg einfach nur, ja. So, was sollen wir denn machen? Das ist halt so ein Blödsinn, keine Ahnung. Und dafür haben wir Budget, aber wir haben kein Budget, dass wir Verhütung und Hygieneartikel für Jugendliche oder generell für erwachsene Menschen einfach kostenlos machen. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall soll das kostenlos werden, einen neuen. Verhütung unter 25 kostenlos, ÖVP. Entlastung im Bereich der Gesundheitskosten solltest du steuerfreier Verhütungs- Das sind die Grünen, die zu viel Crack geraucht haben. Die anderen sind nur Alkoholiker. Für viele Frauen ist es nicht möglich, die Verhütungsmethode zu wählen, die ihren Bedürfnissen entspricht. Ein großes Hindernis sind teils sehr hohe Kosten, die Frauen auf Passage eintragen müssen. Die SPV-Verteil des Verhütungsmethos der Kosten zur Verfügung gestellt werden. Jawohl. Sogar nichts mit Alter. Based. Die Frage nach Kosten und Verhütungsmittel führt an der Realität vorbei. Es wird der Eindruck vermittelt, dass es keine zentralen Themen gebe. Bro, ihr redet jetzt über eine verfickte Familie, die Mindestsicherung bezieht und traut euch das hinzuschreiben? Ich schwöre bei Gott, was ist das? Wie kann man sich trauen, das hinzuschreiben, wenn man gleichzeitig über Gendern sprechen möchte? Wenn man gleichzeitig darüber reden möchte, dass Leute, die Asyl beziehen, nicht arbeiten gehen dürfen? Das gibt's nicht. Wirklich. Unglaublich. So dreist. Verhütung ist wichtig, um sexuelle Gesundheit zu sichern und reproduktive Rechte eigenständig wahrnehmen zu können. Der Zugang zur Verhütung darf nicht an finanziellen Mitteln scheitern. Junge Menschen, vor allem junge Frauen, die oft die Verantwortung für Verhütung übernehmen, brauchen Unterstützung. Das war ein grüner, gell, ja. Okay, Neos. Neos fordert Kosten und Verhütungsmöglichkeiten für Jugendliche und junge Menschen unter 18 Jahren. Weil über 18-Jährige keinen Geschlechtsverkehr haben, oder? Bro, bei euch sitzt in der Partei ein Yannick Schätti. Okay, bitte, ihr könnt dem Typ hier gerne auf seinem TikTok oder Instagram Account, weil der sehr aktiv ist auf sozialen Netzwerken. Der ist 29 Jahre alt. Dem könnt ihr sehr gerne, bitte schickt ihm das, okay? Schickt ihm einen Clip von dem. Wie kann eine Partei mit einem schwulen Abgeordneten zum Nationalrat, der 29 Jahre alt ist, sich erdreisten, wo ist es? Sich erdreisten, reinzuschreiben, dass kostenlose Verhütungsmittel nur für Menschen unter 18 Jahren drinnen sind. Wie kann das sein? Du weißt selber, was Geschlechtskrankheiten für Auswirkungen haben können und wie schlecht das aufgeklärt ist. Wie kannst du in dieser Partei operieren und dich nicht dafür schämen? Wie? Verrückt, wirklich. Bierpartei sagt ja, keiner sagt ja, Nutzen übersteigen, die Kosten bei Weitem, danke, brauchen wir nicht weiter darüber reden. Verhütung und reputative Gesundheit im Allgemeinen darf keine Fragen des Vermögens sein, danke, brauchen wir nicht darüber reden. Beginnt man Zugang für gynäkologische Fachärztinnen, bedeutet kostenlose Zugang zu Verhütungsmitteln und Schwangerschaftsabbrüchen in Krankenhäusern in ganz Österreich. Wer war das, KPÖ? Ja. Die Antwort hat mir am besten gefallen bisher. Bis 1980 fand ich eure Existenz auch noch sinnvoll, jetzt nicht mehr. Ich bin ein bisschen zu verabschieden, aber ich bin ein bisschen zu verabschieden.